Weil einfach du bist verantwortlich für dich und deinen Tag. Du bist dafür verantwortlich, wie du das alles gestaltest, wie du deinen Arbeitsprozess vor dir hast und auch gestaltest. Und ich sehe einfach viele, viele positive Beispiele, dass das einfach auch in einem stressigen Umfeld, dass es in einem Umfeld, wo sich alle Augenblicke etwas ändert, weil es so dynamisch ist, weil es Wachstum gibt, weil es einfach Veränderungen, die aktuellen Zeiten einfach gibt und dass es trotzdem oder gerade deswegen möglich ist, sich selber entsprechend wahrzunehmen und zu spüren, aber das auch auf das Team auszurollen und dadurch dann, wenn das weit genug oben anfängt, für das ganze Unternehmen das vorzuführen und vorzuleben.